Musik Hallo und herzlich willkommen zur jetzt vierten Folge von Spiral Nights. Die kommt jetzt kommenden Dienstag raus und wir spielen weiter Missionen. Äh, Felix ist auch da und die Mission die wir spielen ist Himmel unter Quedl. Bessere Waffe ausgerüstet, Schwert bleibt das gleiche. Äh, Helm habe ich den Zyklopenhelm genommen, weil der Schadensbonus für Pistolen hat. Oberteil habe ich die Fechtjacke genommen, weil die Schadensbonus für Schwerter hat. Und Schild habe ich das Eisenschild genommen, weil das irgendwie mehr Def hat oder so, weiß ich nicht mehr genau. So, was kann der hier? Hat der irgendwas? Ja, da bin ich wieder. Ja, mein Handy hat gerade kurz zu meinem Wecker war gespürt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Felix, jetzt hörst du mal diese Klo-Spülung, die immer kommt, wenn du wiederkommst. Die ist jetzt im Video drin. Uah, es ist... Klo-Spülung. So, hier ist eine Alchemiestation. Äh, reisender Händler. Hier kann man halt diese Pots kaufen. Das ist eine Lebensenergie. So, da ist gar keiner. Brauchen wir alles nicht. Von mir aus können wir los. Moi, woi, woi, go, woi, go, wo. Okay, los geht's. Let us go to the zone. Jetzt weiter. Los. Achso, stimmt, wir können jetzt weiterkicken. Hat das jetzt noch mal was gekostet? Das ist, nein, das hat nicht noch mal was gekostet, würde ich sagen. Himmel unter Kradel, die niedrigen Gärten. Lade, 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 lade. Äh. So. Bist du bei dir schon fertig? Ja. Jetzt ist es bei mir auch fertig. So. Nö, ich kann hier durch. Kann man springen? Nee, kann man nicht. Oh, geht. Felix, Monster, hilf mir. Jede Menge Monster, vier Stück. Ich glaube, ich werde der Pistolen-Skiller. Ja, Pistole ist auch meistens geiler. Aber mit Pistole kann man keine Blätter erscheinen. Ja, ja, und Waffe ist... Nahkampfwaffe ist geiler, wenn du... Ähm... Wenn du auf einzelne Dinger losgehst, also du machst mehr Damage damit. Äh, ich weiß. Du kannst halt auch... Äh, kassierst halt auch mehr Damage, weil du auf die Leute drauf gehst. Alter, Mann, warum kommen die denn heute alle rein? Jetzt rauscht es wieder in den ersten paar Sekunden ordentlich, aber... Alter, immer Schwede. Aber es ist wirklich so, ne? Wir zocken den ganzen Tag, es passiert nichts und immer wenn wir... Ja, ja... Immer, ne, nimmt man einmal auf und ne, komm, richtig... Ich meine, wir nehmen eine Minute oder so auf. Auf einmal kommt doch irgendein Franzose rein, echt, ey, ohne. Ja. Dup-dup-dup. Ja. Boom, jakalaka, boom. Boom, jakalaka, tangled room. Boom. Boom. Stört ihr Leute! Komm, ich weiß Kinda, ultra-schuss. So, die war es nicht genannt. Nicht genug Reichweite. Die Staatssinn�만, nicht Spectrum. atmospheric �ішешь. Blätterbüscher fällen gilt von rei Erii Erii aber der Säge ist alle der Brottsdach es kamen er hat er er muss das Leben das ist ein Kameleon das ist auf dem Erste und dass das Uhrwerk da ist das Uhrwerk bewundert das Uhrwerk warum kommen wir denn immer Monster was müssen wir denn jetzt schaffen ja das wie immer dieses Level durchspielen denke ich mal ich weiß nicht ob hier irgendwie noch eine Story kommt oder so du hast die gleiche Waffe ausgerüstet ja auch die ich will das hier haben wo kommen wir denn hier durch warum musst du hier irgendwas abschießen ah hier in den Ecken hey dann wäre ich jetzt nicht drauf gekommen muss ja aber mehr gehen nee ist schon offen Felix da liegen die Herzen in der Ecke ich hab aber voll hast du nicht ich hab voll du hast nicht voll so jetzt hab ich voll diese Tore hier vorne sind voll der Beschiss mit wo man nochmal Energie bezahlen muss um durch das Tor durchzukommen die hier ja die wo dieses Midas-Zeichen ist ja voll die Verarsche ich hab'n Schlüssel ich hab'n Schlüssel ich hab'n Schlüssel ich hab'n Schlüssel durch aaaah mich greifen Monster ja das muss hier aber gar nicht rein oder nee da musst du Energie zahlen für das ja aber was machen wir denn mit dem Schlüssel werfen wir ihn weg nee da oben ist auch noch kommt irgendwann ein Schloss aber brauchen Geld um bessere Ausrüstung zu kaufen guck mal was ich gefunden habe guck mal ich hab was gefunden chameleons was ist das jetzt hä ich habe guck mal wie ich schieße jetzt ist irgendwie alles gleich oder was keine Ahnung ich hab irgendwas aufgesammelt und eingesetzt aber ich weiß nicht was was es bringt was hast du denn so was wie sah das denn aus keine Ahnung ich achte doch nicht so man kann hier nicht durchschießen aha die können wir nicht angreifen ja das ist so ne Sicherheitsbranche hab ich eben auch schon gesehen aha du kannst hier aber auch nicht abschießen deswegen ja ich weiß trotzdem kann man sich da geil rein campen das ist ein Pokéball nein hey gib mir den Pokéball mein Lebensgeherstellungstrang Lebensenergiekaste wieso hast du denn jetzt den Schlüssel da unten liegen lassen Felix weiß ich nicht ich weiß nicht wo lang ich habe Geld das Energietor habe ich aufgemacht aus dem Herzen hier sind wir umfasst ich hab wunderte ich hab da auch schon jetzt hole ich den Schlüssel halt ich bin ein kleiner Jocke du bist ein kleiner Jocke ich bin ein kleiner Junge ah ok oh oh ich mach es oh Gott oh Gott Punch Gun die Dinger da drüben killen erstmal die die blauen die heilen die blauen doch kill erst die blauen nein die heilen die anderen nein glaube ich nicht Lars du bist voll schlecht fresse boah es sind so viele ja eins ist tot von welchen von den fetten Dingern die kannst du wirklich töten die müssen einfach nur drauf ballern wenn man kommt die nicht mehr gegen an aber sie halten sich sehr lange ja was ist das was habe ich jetzt erhalten ich weiß es nicht was bringt es mir wenn ich ne Basen ne damit kannst du das Tor hinter uns wieder hoch machen aber mach es noch nicht obwohl mach ne doch mach das Tor hinter uns wieder ne wir brauchen den Schlüssel hier nicht das ist ein Zusatzlevel so ne Zusatzecke das ist ne Sackgasse was bringt es das denn hier da kriegst du hinten Punkte aber ich hole mir erstmal hier vorne Herzen ach ich hab's wieder voll ich hab der Dings eingesetzt gut guck mal Lars guck mal was ich mache wir müssen auf den gleichen gehen dann kriegen wir den down ja ja ich mach schon los ohne mich wärst du ein Nichts ein Nichts ja ja sehr schön da sind nur noch zwei wir müssen die erreichen wir von hier hinten noch nicht so richtig du bist ein Idiot jetzt haben wir keine können uns ich hätte mir vorher noch einen Lebensrang holen sollen so wieder da ne Sekunde weg gewesen du warst weg wieder jemand jeder wieder jemand reingekommen ich weiß nicht mal ob ich meine Aufnahme gehört habe aber es ist wirklich immer so ne unmöglich wie er das nämlich das hier so was ist jetzt hier wird hier ist gar nicht es ist was er hat er gebracht Zusatz Wärme und sind scheiß e ich hole mir erstmal hier vorne ein neues Leben kann man den Schlüssel ins war nichts werfen nein du kannst ihn auch nicht werfen du kannst ihn glaube ich nur ey wieso kommt denn da jetzt ein Chameleon das sind doch jede Menge Chameleons und hier unten sind keine Herzen mehr voll die verarsch ich nur noch 22% war es so schlecht bist du ja ich bin die ganze Zeit nicht weggerannt ich bin jemand draufgegangen ja das ist ich hab 55% ich hab 42% dö 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 das Tor ist offen komm mir komm zu mir nein wie schnell bist du da hingekommen ich bin ein Cheater ich habe Flymode ich hole hier da vorne erstmal noch ein bisschen Geld ja hole ich auch gerade und lass dich da vorne kämpfen oh hier ist noch mehr Geld das stimmt aber hier sind keine Herzen ja nimm ich mal die Waffe so wieder 100% den Rest kill ich jetzt hier nicht mehr wir müssen ja auch noch irgendwie vorankommen dö 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 ja wäre nicht schlecht man könnte irgendwie noch einen Tick schneller laufen wenn ne wir sind ja schon durch ich hab ne Frost ich auch oh Boss naja Boss das ist kein Tutorial das ist kein Tutorial ich bin stolz auf dich ich bin stolz auf dich können wir das schaffen jo wir schaffen das hey es ist nur noch ein Blau da ist ein Tod gebt Achtung von rechts von links von links von links und von rechts von links und von links von rechts von vorne von hinten von links und rechts und 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 was geht ab ich bin gleich ich hab's gleich geschafft gegen fünf Stück ich habe mich noch nicht einmal getroffen ich verkack schon voll bei hier ein 12 sogar aber es einmal geben soll ich weiß es nicht dachte da nicht so drauf wo man das leben ist eigentlich auch nicht du bist halb tot du siehst die herzen der anderen nicht da liegen wir droppen immer zwei herzen es ist tot meint auch mehr noch mehr erst auf den heiler ja ich bin betäubt habe ich habe ich habe eine energiekapsel lalala ich kümmere mich um diese scheiß kamen das fette ding ist tot ja wenn es die letzte runde war letzte battle war es ist leicht gewesen ja es war das letzte war jetzt nicht so die herausforderung naja geld war ja die sie rühne langweilig eltern kannst du nicht auf den gasten besseren sie da kommt